Da ist er wieder. Jerry! Was? Arbeitet in einer Badewannenfabrik. Ja, na klar, selbstverständlich. Jerry war die langweiligste Nummer im Universum. Hey, Fisch. Hey, Jerry, geht's dir gut, Mann? Bis er eine weise Entscheidung trat. Nehmen Sie noch Ihre Medikamente? Ja. Sie müssen sie aber einnehmen. Okay. Jetzt ist er wie ausgewechselt. Nehmen Sie die Pillen, die Pillen, die Pillen. Und das Beste, er hört sogar auf mich. Wo zum Teufel ist mein Futter, du Hackfresse? Hi, Mr. Whiskers. Wenn nur diese verlauste Töhle nicht wäre. Er ist ein Barberhund. Du bist ein guter Junge. Hören Sie manchmal Stimmen? Töte ihn. Halt die Klappe. Fick den Kütte. Hm, stimmt. Nein. Hm, ja. Ich soll Menschen töten. Du wirst entdecken, was es heißt, sich wirklich lebendig zu fühlen. Kranke, gestörte Kater. Erzählen Sie es. Na ja, das war eine Süße. Sie sind ein sympathischer Mann? Au. Hast du die Alte gefickt? Darauf will ich nicht antworten. Der wirst du nie ein oder die Hüfte jubeln, weil du sie anbiederst. Tu es für die Befriedigung, die es einem macht. Wer heißt dein Kater? Mr. Whiskers. Oh. Richtiges Miststück. Ich hab dir ein kleines Geschenk auf der Couch hinterlassen. Warum lachen Sie denn jetzt? Die mögen mich auf der Arbeit. Du hast eine ganz geile Frisur, Tom. Ja, von hinten. Ist ein Hammer. Ich hab mir das recht verdienten Junge genannt zu werden. Du hast das Recht, von einem Minivan erwischt zu werden. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob es eine gute Idee ist, dass ich mit einem Kater spreche. Lob. Oder einem Hund. Sei nicht zu hart mit dir selbst. Es ist ja nicht so, als hättest du einen umgebracht. Uhhh...